Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Solo-Sieg-Challenge. Wir haben Tag Nummer 16 und wir stehen auf Rang 3 mit 111 Punkten. Und wir führen weiter Krieg gegen die USA. Da gab es heute Nacht einen großen Angriff von ihnen, noch größer als der erste Angriff. Und der hat uns leider doch einiges gekostet. Wir haben zum einen den größten Teil unserer aktiven Truppen verloren gehabt, aber leider auch einige Artis, insgesamt 3 an der Zahl. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, um ehrlich zu sein. In Davenport haben wir aktuell 4, wir hatten ja mal 5, dann waren es nur noch 2 gewesen heute Morgen. Jetzt ist wieder 4 nach neuen Verstärkungen. Und es könnte gewesen sein, dass ich meine Einheiten zu nah, also die Artis zu nah an der Infanterie-Linie hatte von mir. Das könnte passiert sein, ich weiß es nicht genau, aber irgendwas auf jeden Fall ist passiert und wir hatten Artis verloren. Und damit haben wir da einen kleinen Preis bezahlen müssen. Auch verloren haben wir leider unseren Kreuzer bei Columbia. Den habe ich da etwas unvorsichtig geparkt. Ich dachte, sie würden nicht mehr reagieren darauf. Sie haben darauf reagiert und den mit Infanterie ausgeschaltet. Das war ziemlich unglücklich. Ich dachte, er wäre weit genug weg gewesen. War er nicht. Und damit konnte er vernichtet werden. Aber das hat sie auch wirklich viel gekostet. Sie haben sehr viele Einheiten verloren. Von daher ist das noch okay und wir können das auch ersetzen. Ist nur ein bisschen nervig, weil jetzt gerade Argentinien auf jeden Fall die deutlich größere Marine hat im Vergleich zu uns. Aber keine Sorge, wie gesagt, wir werden das alles fixen können. Gerade auch mit den neuen Provinzen, die wir dann bekommen. Denn wir haben ja, wie ihr wisst, so ein paar Ressourcenschwierigkeiten seit ein paar Tagen. Es sieht nicht wirklich gut aus. Wir bekommen nicht wirklich mehr als vorher. In den letzten 5-6 Tagen hat sich die Ressourcenlage kaum verbessert. If anything sogar verschlechtert, weil unsere gerade Nahrungslage wirklich extrem kritisch ist. Und auch Stahl hat sich nur um etwa 100 verändert. Also wir haben nicht wirklich ein großes Plus gemacht. Energie sogar bei Kohle und Gas eher auch noch ein Minus. Also es ist schwierig, aber keine Sorge. Ich arbeite dran. Denn wir werden Snake River einnehmen und das noch heute Nacht. Und das ist eine Hauptstadt einer KI. Das heißt, wir werden das ganz schnell schnappen. Wir werden keinen großen Preis dafür bezahlen müssen. Und dann werden wir hier einen großen Moralbonus verzeichnen können. Der wird uns sehr, sehr dabei helfen, zum einen auch mehr zu rekrutieren. Aber zum anderen auch dann endlich wirklich ein gutes Plus. Irgendwie plus 800 beim Stahl. Und auch wieder eventuell sogar ein Plus in der Nahrung zu verzeichnen. Und dann werden wir wirklich auch ganz gut dastehen. Denn das brauchen wir gerade echt. Wir brauchen dringend einfach mehr Nahrung. Wir brauchen dringend einfach mehr Baumaterial, um wirklich dann auch mehr produzieren zu können als Argentinien. Denn das werden wir müssen. Sogar leider noch mehr, als ich dachte. Denn Argentinien spielt so ein kleines bisschen mit Goldmark, weiß ich zumindest. Ihre Kreuze haben sie repariert mit Goldmark. Denn die wurden beide schwer beschädigt von äquatorianischer Infanterie im Kampf gegen die KI. Und die waren dann spontan wieder mal auf 100%. Das heißt, da ist auf jeden Fall was passiert. Ist natürlich kein Problem. Ist auch keine großen Mengen. Ist nur zu bedenken, dass da eventuell, ja, Goldmark auf jeden Fall auch eingesetzt wird. Das heißt, da müssen wir dann so ein bisschen schauen. Bisher hat noch keiner hier Goldmark verwendet gegen uns in der Runde. Das heißt, da haben wir so ein bisschen aufpassen. Ich denke nicht, dass sie irgendwie mit Goldmark wirklich groß spielen. Sie haben das ja durchaus alleine gemacht. Alles. Aber zumindest sowas könnte passieren. Ist ja auch sehr häufig. Und von daher müssen wir da noch so ein bisschen extra produzieren, um das auch zu countern. Wir sind auch gerade weiter fleißig am Produzieren. Wir bauen überall aktuell Artis. Und wir bauen auch überall aktuell Flugfelder. Denn diese ganzen Festungen sind fertig. Nicht Festungen, Fabriken. Sage ich immer wieder. Die ganzen Fabriken sind fertig. Level 4. Das heißt, da sind wir jetzt soweit durch. Und wir bauen jetzt Flugfelder und dann später noch Häfen. Denn das wird auch wichtig sein. Wir werden dort Häfen brauchen. Denn wir müssen irgendwie so ein bisschen was tun gegen die Marine aus Argentinien. Denn zwar können wir das mit Artillerie bekämpfen. Sure. Aber wenn die jetzt zum Beispiel einfach unsere Fabriken angreifen, haben wir keine Wahl, als uns einfach zu ergeben. Denn sie könnten die einfach zerstören. Das heißt, wir brauchen dringend eine eigene Möglichkeit, darauf schnell zu reagieren. Wahlweise Bomber oder eben eigene Marine. Und ich denke, eigene Marine wird eine wichtige Lösung sein. Aber zuerst auf jeden Fall Bomber. Wir werden auf jeden Fall zunächst Flugzeuge bauen. Das heißt, in etwas mehr als einem Tag, wenn dann hier alles fertig ist, dann werden wir da beginnen, hier auf jeden Fall Flugzeuge zu bauen. Erstmal zumindest ein, zwei Jagdflugzeuge. Und dann noch zwei, drei Bomber. Und dann mal schauen, eben wie es weitergeht. Das wird schon teuer genug sein. Und dann hoffentlich auch bald noch Eisenbahngeschütze und Schlachtschiffe und das ganze Programm. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber ja, meine Hoffnung ist eben, dass wir jetzt genug Arti produzieren können. Schnell genug, um auch so ein bisschen hier unten in Argentinien einzuschüchtern. Denn ich hatte auf deren Nachricht reagiert, von wegen, dass sie uns ja alliieren wollen. Und ich habe da wieder sehr verhalten darauf reagiert. Ich habe wieder gemeint, ja, ich bin gerade hier oben sehr beschäftigt. Ich will noch keine volle Entscheidung treffen jetzt gerade. Aber sie sind sehr nett zu mir. Das heißt, ich kann mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen. Dabei habe ich es nicht mal belassen. Denn ich kann es mir gut vorstellen, wenn sie Zweitplatzierter werden wollen. Erster Rang wird natürlich nichts werden. Koalitionssieg auch nicht. Den wollen wir haben, also den Solosieg. Das heißt, nicht unbedingt gelogen. Aber natürlich lässt das Spielraum offen für uns. Und wir dürfen ja lügen, haben wir ja in den Hausregeln festgelegt. Wir dürfen nur keine Koalitionen eingehen. Also von daher mal schauen. Sie haben auf jeden Fall Truppen hier oben aufgestellt. Also sie vertrauen uns nicht ganz. Sie haben hier Arti in der zweiten Reihe. Sie könnten uns jetzt angreifen. Wir würden dann hier einfach alles verlieren. Wir hätten keine Chancen zu verteidigen. Das heißt, sie sind jetzt nicht gerade unglaublich trusting. Sie sehen schon, was passiert. Sie sehen, dass wir auf jeden Fall so ein bisschen Zeit schinden. Sie verdächtigen uns nicht wirklich. Weil sie wirklich sehr vorsichtig formulieren alles, was sie machen. Aber, ähm, und auch sehr freundlich sind. Und schon denken, dass ich mich womit inhalieren würde. Aber wir müssen trotzdem schauen. Denn sie könnten natürlich jetzt einfach sagen, okay, gerade ist jetzt zu schwierig die Lage. Es ist zu unsicher. Wir greifen einfach mal an. Ob wir verlieren würden oder nicht, ist ganz schwer zu sagen. Vermutlich würden wir es schaffen, hier El Tigre zu verteidigen. Aber das wäre gerade immer noch eine sehr stressige Lage. Denn die Kreuzer wären ein Problem für uns. Wie gesagt, weil sie hier unsere Gebiete angreifen können. Wir können nichts dagegen machen. Und sie würden auf jeden Fall Panama-Stadt und Monteria einnehmen. Und danach wären sie immer noch im Arti-Plus, könnten also auch El Tigre angreifen. Von daher ist das eine sehr schwierige Lage eigentlich für uns. Also wir können uns hier gar nicht mal so viel leisten. Wir könnten auch keinen Rückzug machen, denn dann würden sie uns einfach auf See versenken im Panama-Kanal. Also das ist gerade ein bisschen schwierig. Von daher bin ich gerade dabei, schon hier Truppen zu sammeln. Aktuell in El Tigre. Zumindest ein paar neue Rekruten hier aus der Region. Die kommen da jetzt hin. Einfach um da so ein bisschen besser zu stehen. Weil jeder einer, die wir da haben, kauft uns am Ende auch Zeit. In der wir dann Truppen aus dem Norden nach Süden verlegen können. Von daher ist das wichtig. Aber ich hoffe auch, dass wir jetzt langsam so ein Militär wieder größer kriegen. Es wächst bereits wieder so ein bisschen. Wir haben viel verloren, klar. Aber langsam zahlt sich das, denke ich, auch aus. Wir werden dann auch beginnen, wirklich größere Mengen an Arti nach Süden zu schicken. Aktuell habe ich gerade mal eine da. Wir werden auf jeden Fall dann vermutlich mindestens die tägliche Produktion von dieser Provinz nach Süden schicken. Einfach, weil wir da ein bisschen was aufbauen müssen. Wir müssen einfach abschreckend genug werden. Wenn sie da auch Spione haben, dann müssen wir eben zeigen, da sind Armeen. Wir sind da bereit. Wir erwarten einen Angriff. Wir können das abwehren. Denn ich will gerade keinen Krieg führen. Auch wenn wir ihn vielleicht gewinnen würden, ist schwer zu sagen. Wir würden eventuell die Karibikinseln verlieren. Wir würden eventuell hier oder sehr wahrscheinlich Panama-Stadt und Monteria verlieren. Wir würden viel Schaden nehmen in El Tigre. Wir würden also viele einfach Dinge verlieren. Und das können wir uns gerade nicht leisten. Und der Moralschaden wäre auch groß. Und dann wären wir auch soweit nicht in der Lage, uns nach Norden auszubreiten. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, wir machen erstmal jetzt die USA fertig. Da sind übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt habe, da ist uns Ontario zur Hilfe gekommen. Die haben nämlich ja einen Krieg mit ihnen am Laufen, weil ja die USA Columbia eingenommen hatten, dass sie ja per Revolte an Ontario gefallen war. Und dann gab es eben Krieg. Ontario kam aus Ottawa und ist nach Lansing rein, hat das eingenommen und greift gerade Columbus an. Da schicken die USA aber auch Verstärkung. Also mal schauen, wie das laufen wird. Die Verluste gerade für Ontario sehr groß. Das scheint also nicht so ideal für sie zu laufen. Ich hoffe, dass sie da verlieren, weil ich würde Columbus gerne selbst haben. Das ist eine Doppelstahlprovinz, wäre mega wertvoll. Und vor allem, weil dann auch Washington DC noch erreichbar ist für uns. Das wäre auch sehr toll. Also von daher werden wir da auf jeden Fall hoffen, dass das für sie nicht klappt. Also für Ontario dort. Und dann werden wir weitere Truppen nach Indianapolis bringen und das dann dort einnehmen. Und dann werde ich morgen, wenn das klappt, einen Angriff starten auf Washington DC. Wäre richtig cool, das einzunehmen. Die können gerne hier Montpellier und Boston haben. Das ist kein Problem. Aber wir wollen eben den Süden hier, wenn es geht, besitzen. Genau. Das heißt, wir werden hoffentlich morgen, spätestens übermorgen, dann hier völlig im Frieden sein. Dann werden wir schauen müssen, wie es weitergeht. Denn theoretisch existieren noch die föderierten Staaten. Die sind sehr schwach. Die haben nicht viel. Die wären ein leichter Take. Haben auch wirklich sehr viel Nahrung. Sehe ich gerade, wäre extrem attraktiv. Also das ist eine Idee, die ich habe. Dann ist leider Minneapolis da. Das ist so ein bisschen ärgerlich da, weil das gehört nämlich zu British Columbia. Das müsste man dann quasi umgehen. Ansonsten natürlich auch noch da sind hier drüben Kanada. Und die scheinen auf jeden Fall alle drei zusammenzuarbeiten. Und das ist dann schon ein bisschen zu viel wieder. Also wir können die nicht wirklich alle gemeinsam angreifen, weil die zwar nicht die beste Moral haben. Ist wirklich eher sogar schlecht. Aber sie haben genug Infanterie, um uns echt zu ärgern. Also wir müssen mindestens drei, vier, fünf Tage warten, bevor wir hier eine große Invasion starten. Also werde ich weiterhin aufpassen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Ontario Level 16 ist. Wusste ich nicht. Ist beeindruckend. Haben auch einige Siege. Und damit durchaus eine Gefahr. Spielt aber soweit jetzt gar nicht mal so gut. Also sie könnten auf jeden Fall deutlich größer sein, wenn sie wollten. Sie hätten längst schon Waffen ausschalten müssen oder die USA. Das ist schon eher fahrlässig. Die spielen auch erst seit etwa einem Jahr. Also daher kommt das vielleicht. Auf jeden Fall sind die durchaus ein Gegner, den wir einfach mal respektieren müssen. Und von daher werde ich da auch Festungen bauen und so weiter. Wir werden sie nicht unterschätzen. Einfach eben, weil die Gefahr besteht, dass die drei jetzt sagen, ja schaut mal da. Mexiko ist jetzt gerade ziemlich geschwächt. Kommt, wir greifen an. Das ist die Gefahr, die besteht. Und das könnte eben passieren. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall hier auch, wie ich es gerade schon mache, Truppen hier positionieren, einfach um bereit zu sein für den Fall. Die haben bislang sehr komische Kriege geführt. Es könnte immer wieder passieren. Ich will einfach bereit sein für diese Möglichkeiten. Nicht zu überrascht werden wie bei den USA. Genau. Hier unten werden wir jetzt gleich noch die hier dann versenken. Das sollte nicht zu lange dauern. Und dann werden wir morgen beginnen. Hoffentlich morgen Abend später dann mit dem Bau von den ersten Flugzeugen. Und dann später auch noch mit dem Bau der ersten Eisenbahngeschütze, wenn dann die Eisenbahnen fertig sind. Denn die werde ich vermutlich sogar zuerst bauen. Zumindest hier im Süden. Ich werde hier auf jeden Fall eine Eisenbahn bauen. Und dann noch immer Nagua. Puerto Cabezas bekommt vielleicht auch noch eine. Denn ein Eisenbahngeschütz wäre honestly schon richtig wichtig. Also wichtiger sogar als eine Marineeinheit. Weil wir damit ja auch die See abdecken können. Denn das heißt ein EBG in El Tigre hätte riesigen Einfluss auf deren Fähigkeiten hier drüben. Und dann noch ein paar mehr. Und dann wird es für sie richtig schwer hier irgendwas zu machen. Also ich würde auf jeden Fall gerne Eisenbahngeschütze haben. Und zwar am besten sobald wir möglich. Am besten in einer Woche will ich Eisenbahngeschütze hier stehen haben. Dann haben wir eine deutlich bessere Ausgangslage. Denn die werden ja auch nicht schlafen. Die bauen ja auch Eisenbahnen und so. Also die werden ja auch Dinge machen. Das müssen wir bedenken. Wir können uns ja nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Die werden ja auch weiter ausbauen. Und ja, wir müssen einfach dann so ein bisschen mit dem Flow auch gehen. Wir können uns hier nicht zurückfallen lassen. Und ihr müsst ja auch bedenken, dass wir nur ganz ganz knapp größer sind als Argentinien. Nicht mehr. Gar nicht mal mehr. Sie haben jetzt sogar uns überholt. Das heißt wir werden nur knapp größer werden als sie mit den Provinzen hier. Und sie werden eine bessere Moral haben. Und sie haben schon länger eine bessere Produktion als wir. Und wir schicken ja nicht mehr alles was wir haben nach Süden. Das heißt wir kämpfen quasi gegen eine stärkere Nation alleine schon. die ein besseres Militär hat und schon immer mehr Produktion hat in Ressourcen und Einheiten. Und wir müssen das gewinnen. Plus nochmal Brasilien, die auch ziemlich stark sind. Das ist natürlich eine extrem schwere Lage. Also wir müssen das wirklich gut vorbereiten, auch wirklich gut spielen. Und oder eben hier oben wirklich auch viel einnehmen, um das irgendwie auszugleichen. Sonst wird es schwer. Also ja, ihr seht schon, wo das Problem liegt. Wir sind eben einfach nicht groß genug. Wir hatten ein echt gutes Early Game. Die beiden aber einfach auch. Muss man sagen, Argentinien hat das richtig gut gemacht. Der erste Tag, die ersten drei Tage waren extrem erfolgreich. Sie haben Chile eingenommen, das andere Argentinien. Sie hatten hier in Brasilien viel Erfolg. Sie haben das einfach echt gut gemacht. Und dafür haben sie diesen Sieg hier auch so ein Stück weit wirklich verdient. Also zumindest bisher, weil sie einfach das echt gut gemacht haben. Und ja, von daher, mal schauen. Da konnte unser Early Game gar nicht mithalten. Wir haben ein ganzes Land quasi for free bekommen. Plus die KIs, plus noch Kuba. Hat nicht gereicht. Hat aber nicht gereicht. Die sind trotzdem größer als wir. Und sie haben auch mehr Punkte als wir. Sind ja Platz 2. Inzwischen Norwegen auf Platz 1. Deutlich mit Abstand. 177 Punkte. Also schwierig. Es wäre jetzt wirklich schlau, also wirklich schlau, mit denen sich zu alliieren. Es wäre extrem schlau. Es wäre die beste Idee. Aber wir dürfen nicht. Zum Glück bisher noch keine größeren Absprachen. Hier noch keine neuen Koalitionen. Das ist alles noch so, wie es ist. Ich finde übrigens, Koalitionen sollten sich selbst auflösen, wenn da nur noch eine KI drin ist. Ich weiß, dass es jetzt seit neuestem nicht mehr so ist, dass quasi die Koalitionen, also die KI-Member quasi behalten. Aber ich finde, dass Einzelkoalitionen dann einfach AFK gehen sollten, also sich auflösen sollten, wenn da keiner mehr drin ist. Übrigens sehe ich gerade, Kanada ist AFK. Das ist neu. Das heißt, Kanada ist hiermit keine Gefahr mehr. Das ist gut, weil das heißt, dass wir da schon mal ein Risiko weniger haben. Das ist gut. Das heißt, ich werde eventuell dann einfach hier drüben zuerst angreifen und das hier einnehmen. Und ich sehe gerade auch noch, dass Ontario AFK ist. Wirklich? Wie kann das denn sein? Die haben doch gestern angegriffen. Wie kann... Ach, natürlich. Weil die waren schon vorher AFK und, ähm... Ach so. Die waren vorher schon AFK und durch den Angriff von den USA auf Columbia ist jetzt Ontario im Krieg mit den USA. Das ist ja witzig. Das war gar kein Angriff von einem Player. Ich mache hier irgendwelche Pläne und fantasiere hier über Level 16 Spieler. Das war ja einfach ein KI-Krieg. Ach so. Ist ja peinlich. So, hat keiner gesehen hoffentlich. Habt ihr schon längst in den Kommentaren gesagt. Ja, das ist natürlich peinlich jetzt. Nee, klar. Das ist dann kein Problem. Das ist eine KI. Absolut egal. Keine Gefahr. Müssen auch keine Festung mehr bauen. Können wir jetzt auch lassen. Das ist ja... Ach so. Ja gut. So viel dazu. Ich mache hier schon Pläne. Dann werden wir jetzt einfach hier vorrücken. Egal was kommt. Dann werden wir einfach jetzt hier Ontario angreifen, denke ich mal. Können wir auch machen. Haben eine tolle Infrastruktur. Sollten nicht zu stark sein, obwohl die haben schon viel produziert. Mal schauen. Also gut. Aber das macht natürlich jetzt einiges einfacher. Dann ist es ja kein Problem. Dann werden wir jetzt hier einfach... Ich nehme mal stark an, dass die beiden oder zumindest Kanada erst heute AFK gegangen ist. Dann werden wir die USA ganz besetzen und dann räumen wir hier auf. Dann nehmen wir das hier ein, führen Krieg gegen die beiden und danach erst gegen Ontario, oder? Weil die werden glaube ich zu stark sein. Die haben auf jeden Fall Produktion, die haben Festungen, Eisenbahnen. Die werden mehr Truppen haben, als die beiden hier auch. Von daher werden wir das erstmal so machen. Wir nehmen das hier ein. Sichern Alaska. Wir sichern den mittleren Westen hier drüben. So weit es eben geht. Bis auf Lansing. Und dann werden wir hier schon sehr stark dastehen. Die beiden sollten kein großes Problem sein. Calgary ist auch relativ nah an der Grenze. Das heißt, da können wir auch schnell noch einen Hauptstand einnehmen. Ich denke also, das ist okay. Und die beiden werden dann nicht viel machen können. Auch nicht mit der KI. Das sollte okay sein. So, lange Folge. Sorry dafür. Ich hoffe, das ist kein Problem. War nur viel zu bereden. Wir müssen eben schauen, was wir machen mit unserer Zukunft. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.